Liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, schön, dass Sie sich für mein Projekt interessieren, für unser Osterhasen-Movie. Jetzt sehen Sie hinter mir, es ist im oberen Mölltal noch grau und winterlich und deshalb ändern wir mal die Kulisse und sind mitten im Frühling. Und im Frühling spielt unser Osterhasen-Movie. Und wenn Sie mitmachen wollen, dann ist das vor allem Kultursponsoring. Sie bekommen eine Gegenleistung, aber die ist sicherlich nicht in der Höhe wie Ihr Beitrag. Aber Sie bekommen eine Rechnung dafür und wenn Sie eine Firma haben oder selbstständig sind, können Sie das auch für Eigenpublicity absetzen. Sie bekommen keine Spendenquittung, weil ich keine Meinung zur Verein bin, sondern ein freiberuflicher Künstler. Ja, und wenn Sie dabei sind, unterrichte ich Sie mit internen Videos regelmäßig über den Stand der Dinge, über den Arbeitsstand an unserem Osterhasen-Movie. Das haben Sie dann exklusiv. Das können die anderen nicht sehen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren. Erstmal die preiswertere Variante. Sie schicken mir ein Bild von etwas, entweder was Ihnen gehört oder wo Sie die Rechte haben. Oder von etwas, wo es allgemein ist, eine Wiese, ein Berg oder irgendwas. Bitte nicht ein Bild vom Häuschen vom Nachbarn, weil da haben Sie die Rechte nicht dran. Und selbst wenn der Nachbar sagt, mach mal, es kann dann in ein paar Jahren wieder anders aussehen. Und deswegen, also schicken Sie mir bitte was, wo Sie entweder, was wirklich allgemein Natur ist, was Sie schön finden oder etwas, was zu Ihnen in Beziehung steht. Aber Sie müssen die Rechte an dem Bild haben, dass Sie möglichst selbst die Macht haben. Und die Rechte an dem, was auf dem Bild drauf ist. Und dann machen wir das einfach so. Dann nehmen wir dieses Bild und lassen davor ein Stück der Handlung spielen. Wenn Sie aber mitspielen wollen für 100 Euro in einem Film mitspielen wollen, kann man natürlich sagen, ja, woanders wird bezahlt, wenn einer mitspielt. Das stimmt, aber die Zeiten sind eben schlecht. Und Sie können ja in 20 Jahren überall rum erzählen, dass Sie 1.000 Euro Garage gekriegt haben. Und vielleicht kriegen Sie ja auch den Oscar für die beste Nebenwolle oder so. Aber Sie können auch einfach nur mitmachen aufs Spaß. Und da zeige ich Ihnen mal, was ich von Ihnen brauche und wie das funktioniert. Ich habe hier ein handelsübliches Mobiltelefon, Smartphone. Und damit geht das ganz einfach. Günstig ist, wenn man dieses Smart-Mobil-Telefon-Handy auf so einen Chinesen-Stock steckt, sofern er eine Stativfunktion hat oder sonst irgendwie irgendwo anlehnt. Jedenfalls sollte das nicht wackeln, sonst kann ich das als Hintergrundbild schlecht verarbeiten. Das steht jetzt da auf der Mauer, aber eigentlich nur, weil ich auf dem Boden da nicht ausreichend Abstand hatte. Normalerweise ist es besser, wenn es sogar am Boden steht. Aber definitiv nicht höher als Hüfthöhe, weil sonst kriege ich kein Bild hin, wo da vielleicht noch ein Haseln ankoppeln kann oder so. Ja, und dann sehen Sie, ich mache jetzt einfach mal fiese Matenten. Ja, man kommt jetzt mal vielleicht ins Bild gelaufen. Und man grüßt als netter Onkel oder irgend sowas in der Art. Und dann kommen die Figuren mit einer, wie auch immer gearteten, lustigen Handlung dazu. Lassen Sie links und rechts ein bisschen Rand oder oben und unten schneiden kann ich mir das alleine. Und Sie sind dann dabei in unserem Comic. Wenn Sie mitmachen wollen, sollte mich das sehr freuen. Den Rest finden Sie auf der Seite puppenspieler.at. Schreiben Sie mir eine E-Mail und den Rest erkläre ich Ihnen. Ich schicke Ihnen ein Formblatt. Dankeschön. Dankeschön.